Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Umfrage, Strichliste und Diagramme. Eine Umfrage, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, die kann man sogar selbst erstellen. Zum Beispiel kann man in seiner Klasse umfragen, wer wie viele Geschwister hat. Das hier ist zum Beispiel eine sogenannte Google-Umfrage, da kann man dann nur noch ankreuzeln. Ist ein bisschen schwierig, da muss man das erstmal am PC erstellen und dann die anderen weitergeben. Man kann aber auch ganz einfach einen Fragebogen erstellen, den teilt man dann an jeden aus und dann soll jeder in der Klasse eintragen, welches Hobby er hat, wie viele Geschwister er hat und so weiter. Und was wir mit diesen Daten, die wir damit erheben, dann anfangen können, das werde ich euch jetzt zeigen. Am Anfang könnten wir eine sogenannte Strichliste erstellen. Wir werten aus, wie viele Geschwister jeder hat. Das heißt, wir gehen zum ersten Zettel hin und sehen, aha, der hatte 0 Geschwister. Dann würden wir einen Strich hier bei der 0 machen. Und so würden wir alle Fragebogen anschauen oder einsammeln und dann Striche machen für jedes, was vorgekommen ist. Also, ich habe jetzt zum Beispiel für die 0, 1, 2, 3, 4, 5, beim 5. macht man immer hier einen Strich durch, 6, 7, 8 Striche gehabt. Deswegen 5 durchgestrichen, weil man dann die Blöcke leichter zählen kann. Wenn jetzt hier nochmal 5 sind und nochmal 5, dann kann man 5, 10, 15 zählen. Hat sich so eingebürgert, dass man das so macht. Dann die 1er zu zählen, die 2er zu zählen, die 3er zu zählen und die 4er. Bei den 5ern kam niemand bei mir vor. Jetzt habe ich die Striche, kann nochmal überprüfen, indem ich zusammenziele, ob ich auch wirklich alle Fragebögen erwischt habe. Und jetzt kann ich die Häufigkeit bestimmen. Das bedeutet, ich werte meine Striche aus. Das hier sind 8 Striche, also habe ich eine Häufigkeit von 8. 6 Striche, Häufigkeit von 6. Das heißt, wie viele sind es? 9 Striche, 9. 3 Striche, 3. 1 Strich, 1. Hier zähle ich ja quasi nicht gleichzeitig mit, sondern ich mache einfach Striche und danach zähle ich es zusammen und schreibe mir das als Zahl auf. Also, Daten kann ich auswerten aus einer Umfrage durch eine Strichliste und durch eine Häufigkeitstabelle, nennt man das. Und was ich jetzt damit machen kann, das ist das dritte Wort, was wir heute lernen, Diagramme. Ich kann damit ein Diagramm erstellen und hier habe ich schon mal ein Karopapier aus eurem Heft gekennzeichnet. Man zeichnet zwei Linien, die sich hier exakt an einem Karopunkt treffen und unten trage ich jetzt alles an, was es bei dieser Umfrage gibt, nämlich 0 Geschwister, 1 Geschwister, 2, 3, 4, 5 Geschwister. Und hier trage ich die Häufigkeiten an. Das heißt, ich muss schauen, wie hoch muss ich denn Platz haben. 8, 9 ist das Höchste. Das heißt, ich muss bis zur 9 hier oben zeichnen. Ich habe mir jetzt immer zwei Kästchen für eine Einheit genommen. Dementsprechend, das wisst ihr ja schon, muss ich die 2 denselben Abstand zeichnen. Also denselben Abstand von hier bis hier, zur nächsten hier bis hier. Die 3 kommt dann da und so weiter, bis ich dann eben zur 9 gezeichnet habe. Und daraus kann ich jetzt meine Daten hier rein übertragen. Denn bei 0 Geschwister waren es 8. Also gehe ich zur 8, mache hier einen Strich und erstelle eine sogenannte Säule. Das gleiche mache ich bei der 1. Das waren 6 Angaben, also hier der Strich und die Säule dazu. Bei 2 waren es 9, hier der Strich und die Säule dazu. Bei der 3 waren es 3, bei der 4 1 und bei der 5 zeichnen wir nichts ein. Das, was wir hier haben, nennt man ein Säulendiagramm. Und wenn ich möchte, kann ich das jetzt noch farbig kennzeichnen, damit man es auch deutlicher sieht. Und ich kann auch von Beginn an oder erst am Schluss die Zahlen oder die Ereignisse, die es hier gibt, in diese Säule reinschreiben. Das ist das sogenannte Säulendiagramm. Ich kann das natürlich aber auch anders zeichnen. Ich kann es auch so rumzeichnen, dass ich das, was rauskommt, hier an die Seite schreibe und die Häufigkeiten, wie oft es vorkommt, hier unten hinschreiben. Dann nennt man das Ganze ein Balkendiagramm. Und ihr seht schon, das ist deutlich kleiner geworden. Ich habe hier nämlich die Abstände nur ein Kästchen gewählt. Das darf ich auch machen, was sich halt am besten anbietet, dass das Diagramm einerseits nicht zu groß und andererseits nicht zu klein wird. Auch hier die Balken habe ich auch nur ein Kästchen breit gewählt. Beim Säulendiagramm habe ich dafür zwei Kästchen gewählt, weil ich Platz dafür hatte. Wir haben also heute gelernt, was eine Umfrage ist, wie man das mit einer Strichliste und einer Häufigkeitstabelle auswerten kann und wie man daraus dann Diagramme erstellt. Säulendiagramm und Balkendiagramm. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss!